Und damit heiße ich euch willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Suikoden 2. Ich habe den Rest der Höhle erkundet, ohne dass irgendwas war, denn das waren alles Sackgassen. Ich habe festgestellt vom Eingang, wenn ich da links gelaufen bin, hätte ich mal so einen direkten Weg gehabt, also nahezu direkt, dann macht man aber, muss man um den Weg laufen wegen dem ganzen Geröll. Ja, ich habe immer noch so keine Ahnung, wie ich zu dem Herrn hier unten komme. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es irgendwo einen Weg im Dunklen gibt. Jedenfalls nicht über andere Dinge, die ich dort entdeckt habe, also wo ich noch lang gehen konnte. Nee, hier ist ja auch nicht. Gucken wir mal weiter. So. Hier runterrutschen lassen. Kann ich mich ja nur noch hier runterrutschen lassen. Dann, ach, Mann, oh. Wo komme ich denn da hoch? Wo komme ich zu dem hoch? Hier unten war ich auch noch gar nicht, fällt mir gerade auf. Doppelstrike, Kuhn! Ja, irgendein anderes Item wegwerfen. Achso, und ja, ich habe zwischendurch, weil ich die Höhle verlassen habe, versehentlich, dachte mir, ey, guck, dann kannst du auch schnell nach Chrom zurückgehen, schlafen und mich mit Medizin eindecken. Habe ich gemacht. Ähm. Gauntlets können weg. Ja, wirft ihr einfach weg. Da bist Drake, Kuhn. Das ist doch schön. Ich war hier hinten nicht. Ich war hier hinten einfach nicht. Es ist so easy, wenn ich mal mit so einem Kopf... Haha, mein Name ist Marthus. Ich bin ein großer Zauberer. Befahrt Pier. Ohne Birne? Hm. Was mache ich hier? Ja, du verstehst nicht, oder? Ich lasse meine Gedanken hier in der dunklen Höhle. Einfach so fließen. Das ist in der Tat der wahre Weg der Magie. Okay, Marthus in der Tindomina. Mal gucken. Amina auf jeden Fall. Ich werde die nochmal ansprechen. Mal gucken, ob er was anderes sagt. Ob man den mehrmals ansprechen muss. Okay. Ja, bitte tritt mir bei. Hm. Die Odessa-Armee. Nicht hier. Die Zeit ist noch nicht gekommen. Ich werde noch eine Weile meditieren. Das klingt irgendwie so, als brauche ich Schlosslevel. Oder entweder... Also Schlosslevel, eine bestimmte Gruppenstärke, Einzelstärke, Einzellevel, irgendwie sowas. Irgendwas dergleichen. Jetzt. Ich speichere hier nochmal, würde ich gerade sagen. Oh, jetzt kann ich euch ja mal die Neclodias zeigen. Schade, dass Nott momentan, oder ich weiß gar nicht, hat Nott überhaupt geguckt? Zurück, falls du es sehen solltest. Hey. Das ist doch mal eine Vampirlady. Wie man sich das wünscht, oder? Viel besser als Camilla. Bei denen wackeln wenigstens die Brüste. Und die sind ganz schön fies. Das ist ja noch das harmlose, was sie machen. Sierra, die kriegt immer viel zu viel Schaden. Das ist so... Gemeine Attacken. Entweder einzelne Personen, alle glaube ich auch, und in der Reihe. Meistens die vorderste Reihe. Und die sind immer nach Nanami, oder sogar teilweise vor Nanami dran. Also sie sind leider sehr schnell. Vielleicht habe ich jetzt im Kampf mal die Möglichkeit, Jell auszuprobieren. Wenn Sierra tatsächlich tot ist. Kahn sollte auch in der Lage sein, noch vorher dran zu kommen. Mal gucken. Ist so fit dazu. Naja. Wir haben ja genug Medizin, wir handen uns einfach ein bisschen. Dann geht das schon. Das machen wir auch vor dem Speichern. Ich habe so ein ungutes Gefühl. Wenn man speichern darf. Oder muss. Oder was heißt muss, ne? Aber wenn man speichern kann. Sagen wir es mal so. Dann bedeutet das nie was Gutes. Meistens, dass eigentlich ein Boss kurz darauf kommt. Wäre auf jeden Fall interessant zu wissen. Was für alter. Uiuiuiui. Ach, verkehrte Richtung. Och Gott, ich dachte, jetzt wird ein Zufallskampf ausgelöst. Ähm, hier runter wollte ich. Genau. Ernsthaft. Ich wollte nicht kämpfen. Ich wollte nur runterrutschen und in diesen Höhleneingang gehen. So nah und doch so quer. So, gehen wir rein. Gucken wir, was jetzt auf uns zukommt. Die Höhle war zwar groß, aber nicht so verzweigt, wie es anfangs den Schein hatte. Okay. Ich gehe jetzt mal hier lang. Ah, hier kann man so runterrutschen einfach nur. Sonst gibt es dort gar nichts. Das ist eine Kiste. Kann ich da oben langrutschen? Kann ich da oben langrutschen? Ich frage mich gerade, ob man da oben langlaufen kann, weil das ist jetzt so gerade das einzige, was mehr als möglich erscheint. Gucken wir mal. Nee. Kann doch nicht lang. Hä? Ich habe jetzt nur das Zeug. Aber nichts, was ich hier machen kann. Und hier hoch kann ich auch nicht. Wie komme ich jetzt hier also weiter? Irgendwie muss ich auch an die Seite da hinkommen. Aber wie? Passiert nichts. Ich drücke mich dumm und dusselig. Ich kann die verschieben. Ich kann die denn da reinschieben und dann kann ich rüberlatschen, ne? So, jetzt sollte ich rüberlatschen können. Das reagiert aber auch so spät zum Schieben. Dann wäre ich viel früher darauf gekommen. Gut, so lange habe ich jetzt auch nicht gebraucht, aber trotzdem. Wie langsam er da rüber lief. So, oh mein Gott, oh mein Gott, ich laufe über eine Kiste. Oh mein Gott. Da oben ist nichts. Nehmen wir mal da. Okay. Das sieht mir vielversprechend aus. Victor, du gehst als Erster. Warum? Da kommt doch irgendwas raus, oder? Ja. Oh ja, nee, ist klar. Jo. Machen wir mal Rage. Feine Explosive. Bisschen Randale machen hier. Dann können wir uns wenigstens ein bisschen die Sachen uns angucken. Achso, das war ja Heil. Genau. Gucken wir mal an. Die machen sowieso Unit, dann ist Nanami zwar unbalanciert, aber mal gucken. Ich kann auch nächste Runde noch in so einen Schutzzauber machen und er seine Blue Gate Rune und die Bridesheet Rune und Feuer hat er ja auch noch. Ich habe den ja voll gebackt. Wobei ich ihn auch gerne in so was wie Rage oder, ähm, was ist das nächste von Wasser, Flowing oder so? Ich weiß nicht, von Erde und Wind, was das so ist. Wind könnte Hurricane sein oder so, das wäre so typisch. Ich habe mir Gutsche angemacht. Bin ich gespannt, was er für einen Angriff macht. Was ist denn das für ein Vieh? Was stimmt mit dem nicht? Ernsthaft? Ach du meine Güte. Ja, die wird jetzt erstmal nicht defend. So, was hat er? Er hat ja auch Explosion. Das könnte er eigentlich mal machen. Und er hält einfach. Er kommt zwar als letztes dran, aber immer noch vor dem Punkt mit diesen komischen Steinkullen. Das sieht so cool aus. Resurrection ist eigentlich eine ganz coole Rune. Vom optischen her, aber nichts gegen die Blue Gate Rune, die ist ja am besten, was das optische angeht. Das sah auch interessant aus. Wie sieht das alles so brutal bei dem aus? Einmal geputzelt, einmal aufgespießt. So, was hat er jetzt noch für... Ah, er hat nochmal Explosion. Genau. Das machst du auch weiter. Du machst hier Final Bar weiter. Ich gebe dir hoffentlich nicht auf, dass da plötzlich doch Sutton Death kommt. Ich bezweifle es zwar, aber man kann ja noch hoffen. Nee, das mache ich nicht. Das mache ich mal. Schlamm, Arrow. Ja, und dann einfach zu schwach, dass die erste Stufe wird leben. Ich hoffe ja, dass das ein bisschen was bringt. Nanami und Victor, die machen hin und wieder auch so. Sorgen sie dafür, dass was abgebrannt wird. Ich weiß nicht, ob bei Nanami ein bestimmtes Item ist. Aber bei Victor ist, er hat noch die Rune Barriere. Und die bewirkt anscheinend sowas, das hin und wieder so was abgeblockt wird. Ich hoffe, dass das funktioniert. Weil diese Zauber, die auf alle, also die alle heilen, da habe ich nicht so viele von. Das war jetzt die dritte Runde, die ich gemacht habe, oder? Das war jetzt die dritte Runde, die ich gemacht habe, oder? Nur zweimal Schaden wird zugefügt. Ja, das war die dritte Runde. Lol! Das hat mich ganz schön erschreckt, oder... Ja, keine Ahnung. Dieser Necklord. Macht dumme Fallen wie diese. Du, du! Hm? Du bist doch in Sicherheit, oder nicht? Verdammt. Okay, lass uns gehen. Es würde nicht gut ausgehen, uns gegen Sierra zu stellen. Gibt's hier irgendwie noch Küsten, so als Blutung? Nein? Gibt's hier noch Küsten als Blutung? Nein? Kein Küsten für mich. Ganz traurig ich jetzt bin. Ich will aber eh nur noch aus dieser Höhle raus. Aus diesen Minen. Okay. Ich war kurz am überlegen, ob ich langsam gehe, aber... Dann dachte ich mir so, hey, warum langsam gehen, wenn ich doch schnell rüberrennen kann, ne? Vielleicht bestimmt dort irgendwo rauskommen, wo ich dann von Necklord angegriffen worden bin. Geh ich mal schwer davon aus. Ich bin immer noch nicht so raus, quasi aus der Höhle. Hier ist nichts weiter. Da hinten. Kann ich schon lang, aber nicht wirklich weit. Ähm, wo komm ich jetzt hier runter? Muss ich doch hinten lang? Oh, Tatsache, ich muss doch hinten lang. Ich dachte, ich könnte da nicht lang. Das sah so komisch aus, weil das so dunkel war. Oh, warte mal. Mit dem davor bin ich ja angegriffen worden. Wieder schon fast draußen. Aber das heißt schon, ne? Die Zündominen waren groß genug. Ich bin so gespannt, ich bin so gespannt. Wenn wir jetzt hier rausgehen... Oh, natürlich, kurz vorher noch ein Kampf. Endlich sind wir raus aus diesem Untergrund. Es ist großartig, dass wir so weit gekommen sind. Aber wo ist dieser Necklord? So wie ich ihn kenne, benutzt er den besten Ort. Okay, das heißt zum Beispiel, dort sollte ich nicht lang, sondern mit dem Fahrstuhl runter. Fett überhaupt nicht auf, dass der Fahrstuhl benutzt wird. Oh, wir können hier rein. Als ob hier irgendwer noch wäre. Da sollten wir nicht lang. Oh, können wir Rüstung kaufen? Nein? Alberto ist ja auch nicht. Können wir schmieden? Das wäre auch cool. Natürlich nicht. Mann! Können wir denn die Räumlichkeit nicht abschließen? Und Sachen einkaufen können wir bestimmt auch nicht. Nein. Sollte es auch anders sein. So, jetzt ist die Frage. Wie kommen wir jetzt an dem Zombie vorbei? Oh, verdammt. Ist das jetzt ein Zufallskampf oder weil ich den berührt habe? Weil wenn dadurch nichts Schlimmeres passiert, als dass man in einen Kampf verwickelt wird, das ist ja nicht dramatisch. Das wäre, es käme dann so ein Game Over oder so. Ich denke ja auch, ich weiß, wo Necklot ist. Ich weiß, wo Necklot ist. Ganz oben ist doch die Kirche. Warum sollte er nicht dort sein? Ja, das ist wirklich nur, dass man dann kämpfen ausgesetzt ist, wenn man die anscheinend so berührt. Oder denen so zu nahe kommt. Okay. Ich habe irgendwie mit Schlimmeren gerechnet. Ich gucke trotzdem irgendwie in die Häuser gerne rein. Einfach in der Hoffnung, dass da noch irgendwer ist, der mir helfen kann. Oh, da geht es ja nach oben? Unten? Das wusste ich gar nicht. Ich habe es gar nicht gemerkt gehabt beim letzten Mal, als ich hier drin war. Okay, okay. Ja gut. An dem kommen wir nicht anders vorbei. Einfach gesagt, wenn nur Kämpfe ausgelöst werden, dann nicht, ne? Das ist nicht so dramatisch. Ich habe echt mit Drücken Schlimmeren gerechnet. Das muss ich dazu sagen. Ich merke auch gerade wieder, dass die Zeit vorbei ist. Dann weiß ich, was ich nach diesem Kampf machen werde. Und zwar... Achso, ich wollte ein Schild setzen. Genau. Ich habe es schon wieder direkt vergessen. Es sind zwei, drei Sekunden seit dem Vergangen. Gut. Ich mache den Schnitt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und mal gucken, ob wir da schon Necklord gegenüberstehen werden. Mal sehen. Mal sehen. Lassen wir uns überraschen. Bis dann. Tschüss. Eure Time. ancial��. Nein. 28NY